Moin Moin Gute Kieler Woche Tradition. Beim Oben Ship lädt die internationale Marine große und kleine Landratten an Bord. Ob Schnell- oder Minensuchboot, ob Korvette, Fregatte oder Zerstörer, 26 Schiffe und ihre Besatzungen warten an der Tirpitzmuhle auf ihre Besucher. Letzte Gelegenheit, mit den blauen Jungs und Mädels aus Estland, Litauen, Polen, Norwegen, Frankreich, Großbritannien, den USA, Russland und natürlich Deutschland ins Gespräch zu kommen, ist Mittwoch ab 13.30 Uhr. Applaus Applaus